Marie d'Antière wurde 1495 in Tourne, gelegen im französischsprachigen Teil des heutigen Belgiens, geboren. Sie stammte aus niedrigem Adel und entbrannte schon früh für das Wort Gottes. So war es nur eine logische Folge, dass sie schon früh in den zum Augustiner Orden gehörenden Konvent von Pré-Pourgin in Tourne eintrat. Dort erhielt sie eine theologische Ausbildung und wurde schliesslich Äbtissin des Konvents. Doch Marie d'Antière sehnte sich nach einem Gott, der einen freimache und nicht hinter Klostermauern festhalte. Unter dem Einfluss der Lehren von Martin Luther, die sie aufmerksam und mit wachsendem Interesse studierte, spürte sie den Ruf dieser Freiheit. Und so entfloh sie 1524 dem Kloster und fand, wie die meisten Religionsflüchtlinge im französischsprachigen Europa, Zuflucht in Straßburg. Dort traf sie den ehemaligen Pfarrer Simon Robert, den sie wenig später heiratete und mit dem sie zwei Kinder hatte. Zusammen zogen sie in die Schweiz, wo Robert zunächst als evangelischer Pfarrer in Bé und später in Egl wirkte. In der Region Genf lernten sie Guillaume Pharrell kennen, den Vorgänger und späteren Mitarbeiter des Genfer Reformators Johannes Calvin. Als Simon Robert 1533 starb, war es für Marie d'Antière selbstverständlich, mit den kleinen Kindern nach Genf zu ziehen, direkt ins Zentrum der Reformation der französischsprachigen Schweiz. 1535, dem Jahr der Reformation in Genf, heiratete die Witwe Antoine Froman, einen Schüler und Weggefährten von Guillaume Pharrell. Durch diese Heirat wurde Marie die Frau einer der Hauptakteure der reformatorischen Bewegung der Stadt. Eine Rolle, die ihr sehr wohl behagte. Sie engagierte sich als Theologin und Predigerin und veröffentlichte Schriften und Bücher. Dies allerdings unter Pseudonym, da es Frauen nicht gestattet war, Bücher zu schreiben. Marie machte unmissverständlich deutlich, dass sie als Frau die reformatorische Entwicklung mitgestalten wolle. Ein selbstbewusstes Auftreten, das nicht überall auf Gegenliebe stieß. Zudem setzte sie sich vehement für die Rechte der Frauen ein. Wortgewaltig nahm sie Teil an den Geschehnissen der Zeit, in dem sie Predigten gegen das religiöse Zölibatsgebot hielt und für eine aktive Rolle der Frauen in der neuen Kirche eintrat. Für Marie d'Antière war die reformatorische Rede vom Priestertum aller Getauften nicht nur eine leere Floskel. Es war für sie der Kern der reformatorischen Botschaft. Und diesen Kern rief Marie immer wieder in Erinnerung. So schrieb sie in einer ihrer Predigten, Haben wir zwei Evangelien, eins für die Männer und eins für die Frauen? Weder wollen uns Verleumder und Feinde der Wahrheit allzu großer Kühnheit und Vermessenheit bezichtigen, noch wird ein treuer Anhänger sagen, dass die Frauen äußerst unverfroren seien, wenn die eine der anderen etwas über die Heilige Schrift mitteilt. 1536 erschien ihre historische Schrift, in der Marie d'Antière die Geschehnisse in Genf in der Zeit von 1504 bis 1536 aus reformatorischer Sicht darlegte. Anonym verfasst, brandmarkte sie darin leidenschaftlich und polemisch nicht nur die Katholiken, die nur einen eingeschränkten Gott hätten, sondern auch die Protestanten, wenn sie nicht der Macht eines mächtigen Gottes mehr trauten als sich selbst. Ihre Chronik der Stadt Genf beginnt mit dem Hinweis, lest und beurteilt erst dann. Mit denselben Worten begann sie auch ihre theologische Schrift Epist Trésüdil, die sie drei Jahre später im Jahr 1539 verfasste. Mit dem Appell an die kritische Vernunft ihrer Leserschaft verfasste sie eine Schrift zur Verteidigung des weiblichen Geschlechts. Weil das, was Gott euch gegeben hat und was er uns Frauen offenbart hat, wir ebenso wenig wie die Männer verbergen und in der Erde begraben dürfen, schreibt sie in der Streitschrift in Form eines Briefes an die Königin Margarete von Navarra. Sie stellte darin berühmte Frauengestalten aus der Bibel vor, wie zum Beispiel Deborah und Ruth, sowie insbesondere die Samaritanerin und Maria Magdalena, die mutig ihrem Auftrag, vor aller Welt das Wort zu verkünden, nachgekommen seien. Die Gabe der Verkündigung sei, so betont sie, als eine Gnade Gottes anzusehen, der sich niemand entziehen dürfe. Mit ihrem Rollenverständnis und ihrer überzeugten und stolzen Art sorgte sie für Empörung im Genf der Reformationszeit. Eine Frau, die sich nicht mit der schweigsamen und stillen Rolle als Ehefrau und Mutter zufrieden gab, war selbst für die dem Umbruch besonders aufgeschlossenen Reformatoren zu viel. Besonders bei Johannes Calvin, dem Anführer der Genfer Reformation, stiessen die Forderungen und die klaren Worte von Marie auf Widerstand. Er strafte sie mit Missachtung. In einem Brief beschwerte er sich deutlich über die Frau, die öffentlich etwas zu sagen hatte, die Predigte und die Mitsprache bei religiösen Angelegenheiten forderte. Sie fühlte sich unter Druck gestellt und beklagte sich über unsere Tyrannei, aufgrund derer es den Menschen nicht mehr gestattet sei, ihre Meinung zu äußern. Ich behandelte diese aufsässige Frau, wie sie es verdient hatte. Doch nicht nur von Seiten der Reformatoren sah sich Marie Angriffen ausgesetzt. Schon früh erfuhr sie auch von weiblicher Seite Widerstand. Als sie im August 1535 die Nonnen vom Orden der armen Klarissinnen von Genf zur Reformation zu bekehren versucht, erntet sie durch deren Äbtissin vernichtende Kritik. Nachdem Marie die Nonnen aufgerufen hatte, den Konvent zu verlassen und dem Zölibat abzuschwören, verfasste die Konventsvorsteherin Jeanne de Jussi einen Bericht über diesen Besuch. Sie porträtierte Marie darin als Nonne, die ihr Keuschheitsgelübde verletzt habe. Sie sei, so Jeanne de Jussi, eine falsche Äbtissin voller Runzeln und von teuflischer Zunge, die sich anmaßte, zu predigen und die Frömmigkeit des Volkes pervertierte. Auch in der Öffentlichkeit erfuhr Marie Dantier für ihren Einsatz für die Rechte der Frau nur wenig Unterstützung. Selbst wenn es insgeheim auch Zustimmung für ihr mutiges Engagement gab, die Zensur war stärker. Ihre theologische Schrift Epistre Dresudil wurde aus dem Verkehr gezogen. 1561 starb Marie Dantier, 66-jährig, in Genf. Im November 2002 wurde der Name Marie Dantier anlässlich des Reformationsfestes den bereits bestehenden Inschriften auf dem Genfer Reformationsdenkmal hinzugefügt. Sie ist die einzige Frau, der diese Ehre zuteil wurde.